Die Mannschaftsaufstellung unserer Braunschweiger Im Tor mit der 33 Rafa, die Nummer 3 hat Salo, mit der Nummer 7 beginnt Domi, die Nummer 8 hat Aron, mit der Nummer 11 spielt Dian, die Nummer 12 hat Nix. Mit der 19 Räuble unser Kapitän Kent, die Nummer 21 Patten, die Nummer 22 hat Salo, mit der Nummer 27 beginnt Nito, die Nummer 38 spielt Dian, die Nummer 38 spielt Dian. Als Auswechslungspieler bei Eintracht stehen heute 9, mit der Nummer 10 Junko Ruhlmann, mit der Nummer 18 O'Hara Demi, mit der Nummer 24 Maximilian Sauer, mit der Nummer 30 Hendrik Zuck, mit der 31 Karl Kitzler, mit der Nummer 34 Philipp Dienz, Und mit der Nummer 16 Jasmin Fesic. Unser Co-Trainer heißt Vario Scheuthisic und unser Trainer, das ist Kurs Böhm. Niemand. 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 Wir wollen tauchen, wir wollen tauchen, sie geht leer. So wie der Land, der große Land, so wie der Land, wir wollen tauchen, wir wollen tauchen, sie geht leer. So wie der Land, so wie der Land, so wie der Land, Die Musik Rote Werner, Rote Werner, Rote Werner,und Nachschuld. Wir glauben, wir glauben, wir glauben, die待ste. Rote Werner, Rote Werner,als München, undo nachschuld. Wir wollen tauchen, wir wollen tauchen, die wir sehen, oh wie wär das, oh wie wär das, oh wie wär das. Wir wollen tauchen, wir wollen tauchen, wir wollen tauchen, die wir sehen, oh wie wär das, oh wie wär das, oh wie wär das, wunderschön. Wir wollen tauchen, wir wollen tauchen, wir wollen tauchen, wir wollen tauchen, die wir sehen, oh wie wär das, oh wie wär das. Einfrem Mone X Fein, schalalalalalalala, Einfrem Mone X Fein. Schalalalalala, hain kaputt schwein Schalalalalala, hain kaputt schwein Eichloss, 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 Eichloss 54. Spiegelgewirr Tor für die Braunschweiger Torschütze der Spieler mit der Nummer 38, Yickei Und wir haben einen guten Spielstand Freiluftrag Eichloss SCF Danke Lüte 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 Heizkopf! 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 Tor-Schütze der Spieler mit der Nummer 19, Kent! Heizkopf! Heizkopf! And we have another FC Schleif! Three! You!!! Heizkopf! Heizkopf! Sollte, 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 sollte! Die erste Kategorie der Bundeskanzlerin von Baden-Württemberg ist bei der 7. Ball-Küri. Die Runde der Bundeskanzlerin von Baden-Württemberg ist bei der 7. Ball-Küri. Und wir freuen uns auf den Ball-Müte Nummer 34. Spiele! Spiele! Einfach! 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 Vielen Dank.